Wenn Sie so an die Gesellschaft insgesamt denken, gibt es Sachen, die sich verbessert haben in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht? Ja, hatte ich ja eigentlich schon irgendwie so gedacht, dass man halt irgendwo denken würde, in anderen Ländern ist die Inklusion vielleicht besser oder so, was ich eigentlich irgendwo denke in Deutschland. Gut, mag ja sein, dass da sich vielleicht ein bisschen was getan hat, aber auch nicht gerade viel. Ich finde, es sollte eigentlich wirklich irgendwie ganz selbstverständlich sein, dass es keine Berührungsängste gibt, keine Barrieren in den Köpfen. Und ich finde, es sollte einfach auch ganz normal sein, eigentlich ganz selbstverständlich sein. Und ich denke, da könnte sich schon ein bisschen viel mehr zeigen. Gut, ich meine, das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass vielleicht halt auch Eltern, halt in Bezug auf ihre Kinder, die das Down-Syndrom haben, gut, dass die Kinder sich nicht mehr verstecken und so, dass sie jetzt schon an die Öffentlichkeit gehen und so. Und dass es dann halt auch ganz viele Kinder mit Down-Syndrom gibt, die jetzt auf eine Grundschule gehen, zum Beispiel. Ich denke, da könnte eigentlich schon viel, viel mehr kommen, finde ich, als es selbstverständlich sein sollte.